so wir sind jetzt in york ohne new davor dieser selbst rückstellende blinker hat ist ja schön und gut aber der stellt sich ja nach ablauf eines gewissen zeitintervalls und der tacho informationen also steht die kiste oder fährt sie zurück und das kann manchmal ganz schön irritierend sein für den gegenverkehr weil du blickst immer noch und denkst er schaltet sich ja schon aus tut aber erst wenn er meint er müsste sich ausschalten wie soll das auch anders gehen deswegen schalten meistens noch immer mit der hand wieder zurück topstein pflaster nicht so schön jetzt kommt noch eine ganz ätzende strecke hoch da ist noch 50 obwohl das so schön große straße ist und hier ist ja nur motorrad treffpunkt da da gibt es nicht so viele von hier oben kein wunder dass die kräfte kriegen weil sie mit 50 hoch schleichen müssen vorne kommt eine kleine ecke mit 70 aber das auch alles und gleich wieder an da sind wir nämlich gleich da ja 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 ja